Hallo zusammen, ich bin Noe, Kaufmann im ersten Lehrjahr. Und das ist Cidil, Kaufmann im dritten Lehrjahr. Wir möchten euch gerne unsere Ausbildung und unseren Berufsalltag näher bringen. Kommt doch mal mit! Bei der EWB arbeitet man in sieben verschiedenen Abteilungen, wie zum Beispiel Marketing, Personal, Inkasso und Buchhaltung. So sieht man, was einem gefällt. Es erwartet die gut ausgebildete Praxis und Berufsbildner. Und was mir gut gefällt, ist, dass die EWB bei Sprachfunkthalten im Ausland unterstützt. Eine Aufgabe von mir hier in den Immobilien ist die Büromaterialbestellung. Damit es alles einwandfrei und reibungslos funktionieren kann, schaue ich, dass ich das Büromaterial immer rechtzeitig bestelle. Damit kann man das KV bei Energiewasserpern machen. Sonst wird es offen für Neues, können wir durchbeissen, motiviert in verschiedenen Herausforderungen angehen und gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Neben der neuen, die aktuell in den Immobilien arbeiten, bin ich im Moment im Kundendienst. Das ist jetzt meine sechste von total sieben Abteilungen, die man bei unserer Lehrzeit erläuft. Wenn dir der Einblick, wie mein Berufsalltag, was das Kaufmann gefallen hat, und du diesen Beruf möchtest lernen, dann besuch für weitere Informationen unsere Webseite www.ewb.ch.jobs. Wir freuen uns, wenn du deine Energie mit uns einsetzt.